wasser wo ist eigentlich mein zeug ich hab nur das ist nicht wo wir letztes mal stehen das letzte mal kleben geblieben auf der so einer großen arbeiten müssen wir noch um umknechten ach ja stimmt krieger ja ich habe mich ja mal kurzzeitig mit armeisen beschäftigt weil ich in armeisen also besser so ein armeisen bau für zuhause haben wollte ja was gibt so ein channel den habe ich übel gesuchtet der hat voll egal ein gehege aber das kostet einfach so viel allein so ein gehege das bisschen größer ist kostet schon 200 euro die arme ist selber nicht so viel aber das gehege wie wie halt bei auch terrarien und so einfach übertrieben teuer ich bin so dumm aber das ist ein terrarium ist ja auch ein terrarium ja genau der kennenzung das nicht ja ich war gerade mir eine frau von overwatch wert ist gesagt gespielt mich gerade in abgrund gegen season ende sind die leute komplett maximal retarded alter ja mir die haben auf den knopf gedrückt und wie ein scheiß nes spiel haben die ihr gehirn raus genommen aber die haben nicht durchgepustet bevor die es wieder reingetan haben ich habe ein bug okay kann meine ausrüstung nicht wechseln und mein schnell zugriff wenn du geht nicht laden noch mal rein verlassen ich bin sogar das einfach gut auf desktop fett beenden heißt ja mann okay fett beenden alter ich trete noch mal bei ja dann knechten wir heute ein paar ameisen oder was jetzt geht's ok ich brauche übel trinken holy shit und essen habe ich nicht bananen ich habe schon was zu essen ich habe noch ich habe noch drei ich habe noch fünf steaks in meiner tasche kannst du auch ein zwar und trinkst auch das lustige wasser wenn es aus wasser und aus land besteht ist es ein paludarium was heißt aquarium land ist ein terrarium wenn mein terrarium aus luft besteht dieses fall falluarium was soll das nein paludarium 8 paludarium digga was für ein wort ja komm wie oft gehen wir schon aufs dach vor diesem scheiß ort ist ja nur vorübergehend genau ist sehr safe aber weil die weil unser dach und eine seite kann er nicht zerstört werden das schon ziemlich geil eigentlich aber es hat sehr beschränkt von der größe ich bin auch sehr beschränkt von der größe ich muss ja wieder twitch oft auf dem handy an machen habe ich vergessen sonst sich den chat nicht kann ich hier nicht bauen jetzt bin ich ready junge diese spiel manche sachen klappen einfach nicht ich hole mal kleeblätter obwohl haben wir noch welche vielleicht habe viele ach so ja dann macht du erstmal lustig traurig machen nämlich löwenzahn abarbeiter das ist meine achse oh mann alter weißt du wie beta lustig heißt wenn der sang wäre nee beta lustig nein nicht so fast fast hättest du mich gehabt ja 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 kann man ja schon die bilder bauen naja zum nächsten update morgen ach hier ist klar aber morgen zum menschen ruhm alter weh die haben keine schlug äh du fucker ich wollte doch ben alter sieht das hier oben kacke aus was ist das alter äh ne sorry aber ich kann mir das nicht so angucken ne ok warum haben wir eigentlich indoors eine fackel hier unfertig so eine lampe ähm weil wir das mal einfach beendet haben bevor ich das zu ende gebaut habe ok das kann ich nicht da hin bauen das ist die macke leider soll ich denn schon mal nach ameisen suchen ja mach mal ich baue hier ein bisschen ok warte mal ich kenne die maps so ein bisschen ähm da ist der start die waren immer so nördlich also hier ganz schön eckig hier der bums also lass mich durch ja ich hoffe immer noch dass schnecken so ein ding werden weil hier ein schneckenhaus liegt boah weh ja aber weiß auch nicht ich stelle mir die geil vor so zum reiten vielleicht weißt du so einen kleinen sattel aufs häuschen schnallen wo ist hier ein labor irgendwo oh mein gott ahhh ja oh mein gott oh mein gott oh mein gott hier ist ja ich bin voll ins schwimmengebiet gerannt ich hab's nicht gecheckt oh mein gott ich wollte fast weg gesnackt das war echt scary alter ok da sind spinnen das weiß ich jetzt auch ich glaube das war im besten näher also hier es gibt ja mehr als ein armeisen hügel aber ich weiß nur noch ein ungefähr oder ist ich weiß noch wo so eine untergrundstation ist und forschungszelt und so und da waren früher zumindest ich weiß nicht ob es immer noch so ist diese schaben kennst du dir noch diese läuse dieses größeren echt gab es am anfang sehr oft die haben immer eine base geradet und da sind wie zig dutzende da unten das war übel ich habe aber so mit marco wollen wir nicht reden das einzige den ich kenne also wo ich weiß wo das steht und kann ich das nicht bauen explain alter blizzard blizzard ja ja ok ich sehe ganz viele bienen auf einmal wenn du mal höher stehst da ist der die polen scheiße ich habe ein problem hier ja beim armeisen hügel ich stand hier einfach nur rum oben am eingang oder vor allem da kommt krieger raus gerannt und fickt mich an alter alter hat der jump oh mein gott ich bin zu hit ok alter hat er mich angesprochen ich glaube ich habe nie ein bisschen gebracht kann ich holst du mich oder nicht ich glaube nicht mehr rechtzeitig jetzt dann drücke ich mal aufgeben wir müssen ein zeug aber holen dann schaffst du schon er wie ich jetzt zu zweit haben wir dir gut gestört hat einmal immer einer immer hier so ne so reinges ich brauche jetzt mal eine waffe dafür die splasher hier um zu knacken knacken ich habe mal spiel auch geil meine rüstung ist auch noch da gut so er einfach geradeaus man ja ich sehe meinen rucksack auch oder ok dann gut also hier rechts von uns sind die spinnen also nicht so weit rechts laufen die sollen uns warte mal hast du ein hammer dabei eine stufe 2 für die dinge ja genau da können wir die auch übel klatschen mit dem hammer alter hier ist ich stand hier oben auf einmal kommt er raus gejumpt der bastard hinter mir lol wo kommt er her das sind zwei oh mein gott ist ein übel heftig geworden irgendwie ja egal der ganze clan nicht so geil wir brauchen irgendwie vielleicht ja wir haben doch rüstung eigentlich nicht so nicht so geile geht immer kaputt vor ich hab doch einen bogen mit sehr vielen pfeilen wo ist das eigentlich ich hab die pfeile eigentlich ich hab die dabei ich hab mich erschrocken junge der jumpy boy ja das habe ich vorher auch gemeldet ich baller den ist mit dem pfeil ab einfach umdrehen dann ist er nicht so gruselig der schlägt zu wie ein truck alter er ist gleich tot aber die kleinen sind auch noch da oh mein gott er ist tot ja ja man ich hab eine mande will seine mandeln junge scheiße diese kleine bittsch ich bin jetzt die miniatur an sich komisch but why Junge wir alter wir haben uns ganz im nest gefüllt gefühlt oh ja ist ok lass mal in die base ich bin ich hab kein leben mehr ich hab viel aber ok ja ich hab keinen ich hab drei warte ich bau mir eben ein ja in dem spiel wurde man ja ich hoffe die greifen uns grad nicht an ne ich guck ja man wird halt klein geschwumpft also warum heilen die so wenig das wird übel genervt kann das sein ja ok ne noch eins schaffen wir nicht ja warte ich muss erstmal ein paar sachen loswerden dann guck ich mir nochmal das inventory an haben wir noch ein paar pfeile im irgendwo ameisen sind so eklig ich hab keine pfeile benutze was nicht ich bin ein orangen mutter ach nö mensch mein so ein richtiger proglodyt ist doch das gleiche ich bin roto mensch ja robin warte mal es gibt hier einen arachnophobia modus weil die spinnen boah das kannst du dir nicht vorstellen ich bin hungry Junge sind das ekelige motherfucker ich bin famished die haben mein die haben mein essen geklaut die ameisen for real ja als der rucksack da lag haben die das haben die die snacks die essen äh die 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 braten raus gesnackt was für ficker alter ich fang mir kurz irgendwas warum kann ich ich das nicht beraten bro hä hä ich kann ich kann schnell beraten ich benutze naja serious was hast du denn ähm eichelgesichtsmaske junge ge okay es gibt max hp übelgut ja gut reparieren man kann die man muss sachen nicht mit kleber reparieren es gibt andere echt ja ah du hast jetzt verschiedene bilds wie du sachen reparierst ahja das zeug aus dem du die sachen baust dafür brauchst du das nochmal äh ok ey ich kann nichts braten das ist so lächerlich gib mir das ich konnte gerade jungen jetzt siehst du aus wie äh aus ich sehe ich sehe kennt wahrscheinlich keiner hier ne keine ahnung digga das ist doch schon gebraten deshalb geht das nicht du bob oh wie weif ich das ab fallen lassen ok das läuft gerade ab du solltest das vielleicht äh reinziehen was macht ihr geräusch bei uns äh ich glaube die werden gerade von arbeiten hat das jetzt ne das ist so ein ah ne so ein rüsselkäfer wurde geschlachtet gerade ok leu ach shit was war das noch milben milbenpelz oh milbenpelz drei wo waren denn die milben digga bei einem der laser ich weiß noch nicht mehr welche ja den äh vielleicht sogar hier bei dem krank warum bin ich krank hm ja hier sind sie ok ich brauche auch drei oder so ja ich hätte gerne noch mehr pfeile für die spinnen da kann ich mal eine aus der entfernung töten so ich habe drei hier liegt noch eine tote ok reparieren ist ja als angenehmer irgendwie ja man braucht nicht diesen komischen kleber ja wir brauchen noch quarzit ähm das war doch hier in der milbenhöhle ja ja auf jeden wo ist die denn ah ne hier sind spinnen oh shit da ist ein zelt ok ja ich geh mal zu so einem forschungsding eben ich stehe vor einem auch ich habe aber nichts neues war das hier oh gott im Himmel zwei spinnen wie viel brauchen wir denn für so einen hammer ne so ne axt ne hammer ich hab grad raus gefunden wenn du zu oft diese eklige wasser trinkst dann ich bin zu krank und kriegst instant den effigsten hunger aller Zeiten ok gut zu wissen ach hier ist unser haus ok ist die ameisenkeule ein hammer oder also ne ist zum angreifen ähm ach hier rüsselkäferschild kann man bauen jo äh warum hab ich die spinnen was warum hab ich euch geagrot stimmt stimmt denn nicht wie du heute aber die mandibeln die du wolltest brauchst du nicht für die ach du scheiße weil hier ne kriegerameis ist ich brauch Hilfe mag äh jo i'm coming alter 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 der schaden von den dingen die gumme ja ja den sauberen morgentau kenn ich aber ich hab vorhin keinen gefunden auf die schnelle das junge wie hart die reinhaufen ja das ist so lächerlich die tun so weh ja der combat ist so komisch in dem spiel ne ist da noch der kriege ja ja dann wird es vielleicht ach sooo ja dann dann ist du respawn lieber direkt weil ich hole dich bestimmt nicht ich kann dich nicht holen ich sterbe dann auch ich versuche dich von oben abzuschießen 2 auf einmal ja dafür hab ich nen bogen lol wenn du oben auf so auf so blättern auf so grashalm sitzt könnt ihr die abschneiden dass du runterfällst ha das ist cool jetzt hauen die ab es wird bald dunkel ja dunkel schmunkel sage ich dazu bei deinem rucksack ist im moment nichts mehr oh die kämpfe gegen maikäfer alter marienkäfer maikäfer lava dann lasst du nicht mal looten jo wir killen den verliebt den gewinner einfach da hat er bestimmt wenig hp das ist nur einer gegen one on one erzählen wir wer stärker ist oh der maikäfer hat gewonnen ich weiß nicht wie viel der noch hat ich habe erstmal die ameise gelootet der hat noch voll viel leben ok oh mein gott entcharged okay komm her busted beach ich habe keine ausdauer ich muss kurz ausdauerregen nennen entspannte geräusche von dem ziel alter der slappt richtig rein ich chip ihn mit meinen pfeilen ich habe ich muss ich muss gerade auf ausdauer warten ich kann nicht unendlich ballern ich schieße den übel hart um den pilz da rum das so geil ist wenn die ganzen pfeile wieder aufheben kann ich verschwende im grunde nichts ok warte ich habe ihn gleich ah ne der hat wieder leben bei mir bekommen oh gleich ist er down oh shit ich komme jetzt hier rein da wie sollte er immer wieder gleich viel leben auf einmal ich verstehe es auch nicht er regeneriert irgendwie ich schieße ihn kurz hier weg dann heile ich dich oh mein gott er hat mich auch ja junge warum ist der so stark warum sind wir so weak aber er hat ihn fast aber irgendwie war da was weird ja der hat die ganze zeit HP geregent ich hoffe ja die pfeile despawn jetzt nicht das sind echt viele gewesen ich muss schnell mal in der tasche holen und dann nach hause ja ich auch obwohl wir können auch morgens gehen digger hast auch recht obwohl dann obwohl er ja gut da passiert nichts die klauen uns höchstens essen aus den taschen kleines dach ja ich dachte ich kann hier durchfallen okay ach ne das blatt äh jo z z z z ach erst ab 20 uhr ja gut dann müssen wir los eigentlich voll weird wir hatten ihn eigentlich gekillt so von von dem leben und so vom damage wahrscheinlich weil wir die agro so gesprutscht haben weiß ich auch nicht mega komisch naja die nachtspinnen kommen ja noch wow ahja aber nachts gibt es auch moskitos oder äh hier wie heißt das ähm ne nicht moskitos münken ne äh hier glühwürmchen glühwürmchen die muss man ja nachts sammeln sonst kriegst du die ja nicht was auch immer die bringen ich muss mal kurz meine pfeile suchen die liegen hier rum aber nicht mehr markiert das ist übel stressig wenn du welche finden das hebt ihr einfach mal auf ich kann die teilweise nicht nehmen ich würde interessieren wieviel hp der jetzt noch hat voll ja okay dann ist das wie bei darks als wenn du stirbst haben die wieder volle hp ich habe viele pfeile verloren leider umsonst ja sucks unlucky ich habe nur noch 15 ich hatte 40 vorher unser gear ist echt beschissen ja das ist irgendwie schwerer geworden das spiel ja lol der gute rüsselkäfer rüssel geil alter das ist die lamp die gartenlampe angegangen cool der mond so gesehen ich sehe nix hier warte 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 der normale mond scheint auf ja ja okay dann sah das nur so aus wie eine lampe es ist soweit oh die musik ist ziemlich gut für die nacht warum ist der apes so monkey ich weiß auch nicht hier knack dich mal hin 50 ja wieso fehlt auf einmal ne wand hier ja ich habe ein bisschen umgebaut ok guck mal eben in die herstellung fliegen ich habe noch keine fliege bisher gesehen vorher früher waren die voll oft da seitdem es mehr fischer gibt nicht mehr okay ich habe eine mandibel man die blöde was stimmt den rahmen gibt es ja auch noch hier weil das wieder eine biene ach da direkt hier auf die krähe auf dem photon laser vielleicht können wir ja vielleicht eine feder mehr kannst du glaube ich gar nicht von der das ist direkt bei den spinnen teilweise ich bock ich glaube wir brauchen halt einfach mehr ich bin direkt unter ihm oh gott ich sehe aber keine fehler bis jetzt durch wenn er weg fliegt oder so kann man ja hochlaufen so ein bisschen als weiter durch das durch das das was ich warte die näher komme ich nicht guter ausblick auf jeden fall jetzt sieht man auch erst wie viele bienen es gibt diesen halle das sind halt alle sehr hoch ich habe die musste unterschießen löwenzahn so ein gleiter wäre jetzt auch richtig geil ich komme so nicht ran wenn ich unterfall bin ich tot er ist weggeflogen aber ich sehe keine fehler jetzt habe ich nicht aufgepasst wohin ist ok alles gut ja alles gut Ja, was ist der Gameplan, dude? Können wir die überhaupt machen? Die haben mich gerade hoch, so Vielleicht die beste Rüstung bauen, die am meisten Defense hat erstmal Ja, doch für die Eichel Rüstung halt Da haben wir doch einiges von Ja, ich habe auch schon ein volles Rüst Ah, schön, dass du auch meine Vorräte leer ziehst dadurch Mhm Haben wir doch was mit Dann bin ich irgendwie die meisten Eicheln geknackt oder so Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten Ich habe auch sehr viele eingesammelt Wo haben wir noch... Ja, hier haben wir noch ein paar Weißt du, ich bin der Eichelmeister, okay Nein, nein Käfergummi? Achso, okay Höhö, Kondom Okay Also unsere nächste Quest ist Tauchausrüstung Tauch? Na ja Wegen den Eich reinkommen Wegen diesem, äh... Ding da Auch gar kein Bock, Junge Okay, ich brauche ein paar Sachen noch Haben wir noch Milbenfälze? Fünf oder nicht? Muss noch mal gucken Ich habe einen Ähm... Negativ Okay Okay Ich brauche noch Kleeblätter Das ist ja easy Man kann sich nicht so eine Art Bauliste reinstellen Irgendwie ins HUD, dass man sieht, was man noch braucht, oder? Nee, das geht nicht Ich weiß es nicht Ich glaube ich nicht Nee, muss ich das merken I guess Okay Grobes Seil Das war aus Fasern Ich brauche ganz viele Fasern Hier Kleeblätter So Auch mal was zu trinken wäre geil Auch hier Geil Ähm... Hast du... Weißt du noch, wo die Milbenhöhle war? Ja, an irgendeinem von den Dingern halt Ja, auf jeden Fall nicht bei dem Der ganz nah bei uns ist Da sind die Spinnen Weil da gibt es ja noch in der Höhle, ähm... So... Wie ist das, ähm... Ähm... Wann das jetzt? Nee... Ich muss wirklich nicht dahin klatschen, ey, dieses Bauen in diesem Spiel ist teilweise echt beschiffen Hä, wo ist denn jetzt diese... Halt diese... Nicht... Nicht Kiesel, aber diese anderen Steine da... Äh... Weißt du? Nee... Scheiße... Die gibt's da auch... Und bauen wir einfach ein Gerüst dahin Gucken wir da auch nicht mehr durch Funk... Ja... Irgendwie... Im Baumenü... Okay... So... Habe ich jetzt genug? Ich hoffe... Herstellung... Hm... Jetzt habe ich drei... Wo kriege ich denn Unkraut her? Löwenzahn... Irgendwas in der Nähe, Bro... Okay... Sechs... Kleblätter noch... Okay... Löwenzahn ist zum Beispiel bei dem Laser mit den Spinnen... Da können wir uns auch mal einen Gleiter abholen eigentlich... Gleitschirm... Okay... Ich brauche nur noch... Äh... Milkenpelz 5... Dann habe ich die Eichelrüstung... Was hat ihr sonst zu? Max Gesundheit auch noch... Alter... Richtiger Tank Rüstung hier... Auf hin... Ach du hast ne neue... Okay... Ja direkt neben dem... Neben der Spinnenwand, alter... Bist du ein bisschen zu weit rechts? Ach noch ein Ameisenhügel... Ja... Der alte aber... Ja... Der geht doch auch, oder? Also... Trotzdem Ameisen drin, oder nicht? Weiß ich nicht... Vielleicht hast du ja verlassen... Und ich habe gleich eine böse Überraschung... Ich... Oh mein Gott, alter... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Uff... Hier... Ist halt legit keine einzige Ameise drin... Crazy... Hier ist gleich... Bestimmt ne fette Spinde drin, alter... Oh wait... Ich brauche grad... Warte mal... Das habe ich ja schon... Das hier... Okay... Naja... Hier ist über viel Quarz... Habe ich ne Fackel überhaupt? Ich glaube nicht... Doch... Okay... Oh... Ich habe endlich Ameisen gefunden... Milbenpelz... Wir brauchen viel Milbenpelz... Wenn du welche siehst... Hau die weg... Naja... Ich komme mal zu dir, oder? Ich habe grad nichts zu tun... Ja... Komm mal... Hier sind halt ein paar Spinnis... Ich suche halt Milben... Oh ich sehe eine... Ich habe keine Waffe mit... Fällt mir auf... Oh... Die Krähe ist... Jetzt... Wieder am Laser... Okay... Laser... Von wegen Avengers... Das ist das beste Crossover... Genau... Alter... Hier ist das beste Crossover... Ich würde actually zu einem Laser gehen... Um die Milbenhöhle zu finden... Nochmal... Oh... Die Krähe ist so big... Welcher war denn die Kaputte? Du hast nur eins in drei Chancen... Den richtigen zu finden... Ja... Also der rechts ist es nicht... Dann gehe ich mal zu dem hier... Oh man... Ich stecke hier immer fest... In den Kleeblättern... Ja... Klee... Blättern... Guck mal... Sinan ist bei dir... Im Chat und Yannick bei mir... Alter... Ne... Der hat nur Mitleid... Ja... Kann auch sein... Aua... Trottel... Alter... Ja... Das war doch hier oder nicht... Mit den... Ach... Das sind auch noch Spinnen... Oder ist das... Nein... Die Hohensöhne sind überall hier... Oder ist das... Ist das dasselbe Laser? Ich glaube das ist dasselbe wie vorhin... Ich bin aber falsch gelaufen... Ich weiß es nicht... Ist das der? Aber mit Quarziel kann man Sachen einfach straight... Variieren... Ich geh jetzt weiter ein wo die Kree hier hockt... Komm... Oder... 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 Soll ich mal versuchen eine Biene abzuschießen... Was passiert? Als ob du triffst... Komm alter... Alter... Sag ich mal... Ich bin der beste Schütze im wilden Garten... Alter... So... Alter... Da... Guck mal... Die kommt zwelt auf mich zu... Die Bitch... Oh die ist ausgewichen... Fast sogar getroffen... Ich hätte früher schießen sollen... Oh die kommt zurück... Jetzt... Ey... Scheiße... Oh nein... Jetzt muss ich schießen... Oder was? Oh die ist runtergegangen? Oder was? Ich geh mal dahin... Mit gezogenem... Mit der gezogenen Sehne... Ich hab ne Flieger gefunden... Endlich mal... Echt? Nice... Endlich... Lol... Ich hab einfach der Amaseren Loot geklaut... Trottel... Alter... Ich... Ich chase jetzt so ne Biene down... Alter... Ich mach das jetzt... Wir brauchen ein Spinnrad sehe ich gerade für... Gute Sachen... Für ein Plattenlager... Shit... Oh mein Gott... Aua... Ach... Jannik ist bei beiden gleichzeitig... Das ist ne richtige Hure... Alter... Überall... Oh Gott... Am Sacken... Ich will da hoch... Alter... Boah... Ich kann sogar hier... Ja chillig... Nein... Ich rute... Oh mein Gott... Ach... Volli... Shit... So jetzt schau ich mich mal um hier... Wo gibt's was... Dahinten sind Rosen... Für was braucht man Rosen nochmal? Für... Für Dornen oder? Für irgendwas auf jeden... Genau... Das war... Das war ein Dorn... Das... War... Das sind glaube ich auch für Blüten... Ne... Für Blätter... Ich will doch nur eine Biene abknallen... Mann... Jetzt seh ich keine... Shit... Ich geh zu dem Laser hier mal schauen... Oh... Ich hab das Milben... Höh... Nest... Den Milben Laser gefunden... Für... Nein... Die werden jetzt alle... Exekundiert... Exekundierende... Ich brauch Pelze... Wie cool der Deville... Alter... Die sind aus wie kleine Krabben... Alter... So ein bisschen... Genau... Hier drin gibt's... Dieses... Gesteinszeug... Was geht denn hier für Geräusche ab? Ist da drinnen ein Marienkäfer? What the fuck? Oh... Ja... Keine Fackel zu haben... Ist das irgendwie... Nicht so geil... Ähm... Kann das leuchten? Nein... Ja komm... Das kommt raus... Was machst du eigentlich? Haus bauen... Okay... Gut... Ich hab das Gefühl... Ich begegne gleich irgendeinem... Monster in der Höhle... Irgendeinem Misse... Ich höre halt Marienkäfer... Und ich... Es macht keinen Sinn irgendwie... Okay... Ich hab übel viel Quarzit... Am Start... Bad guy... Ach der ist... Oben... Ich höre das von oben... Jeesh... 500... Ähm... Ich seh nix... Ich seh nix... Äh... Ist das ekelhaft... Jesus... Was werfe ich weg... Den Rüssel... Haben wir schon analysiert... Dann raus... Und... Was noch... Ich hab Madenhaut... Alter... Und Schleim... Geil... Ups... Jetzt können wir uns... Ne Marten Weste bauen... Willst du mal schauen... Was die macht... Vielleicht... Kurz... An der Bergbench... Oder auf... Über Tab gucken... Max... Ausdauer... Okay... Nur eine Rüstung... Also nur Oberkörper... Komisch... Ich hab's noch nicht analysiert... Wahrscheinlich deswegen... Äh... Noch irgendwas... Reparaturwerkzeug... Können wir bauen... Joa... Auch nett... Im Haus zu haben... Joa... Pilzbeet... Gibt genug Pilze... Great... Hast du eine Wanddeko gebaut... zufällig? Nein... Okay... Wieso? Weil da... Da war eine abgehakt... Im... Im Baumenü irgendwie... Ich muss grad mal... Irgendeine scheiße Dachdecke suchen... Die nicht am Rumbacken ist... Junge... Warum bagt das so krank hart... Ich will das bitte hier hin bauen... Aber... Geht irgendwie nicht... Alter... Wait... Das hört sich an... Als würden die bumsen da oben... Alter... Ich bin voll... Shit... Ja komm... Das kann raus... Ich fang mir einfach ein neues Viech... Ich habe jetzt über viel Quarzid dabei... Oh... Da ist ja noch ein Brocken... Holy Shit... Oh... Oh... Wieder voll... Das sieht aus wie einfach so... Zwei... Schlepphoden... Watt schmeiß ich raus... Ja... Okay... Ich habe... Das ganze Quarzid... Eingesackt... Das hier war... Ich komme wieder... Zurück... Ne... Noch ein paar Milben will ich kurz einsacken... Boah... Tageslicht... Halleluja... Ich... Ich sehe wieder was... Ich sehe wieder was... Bestimmt 10 Minuten... Ich habe nichts gesehen eigentlich... So ein bisschen gerade mal der Riesen... Mäßig... Hier sind fast keine Milben mehr... Irgendwie... Na gut... Habe ich fünf wenigstens... Vier... Oh... Ich würde dich auch nahrung... Hast du zufällig einen Milbenpelz? Ja... Gut... Ich brauche nämlich fünf... Und ich habe... Hier keine Milben mehr... Ich komme nach Hause... Oh... Ich brauche auch Essen und Trinken... Oh... Shit... Ich habe sie getroffen im Flug... Ich bin so gut... Jetzt kommt sie auf mich zu... Äh... Oh Gott... Ich habe es bereut sofort... Instant Regret... Ich bring eine wütende Biene mit... Entspannend... Ich komme nicht weg... Die ist viel zu schnell... Ich kann nicht mehr rennen... Meine Ausdauer... Oh mein Gott... Oh... Oh mein Gott... Alter... Oh... Ist die gruselig... Ich habe keine Ausdauer zum Rennen... Oh... Nee... Sie hat sich verpasst... Irgendwie ist alles zu stark... Jetzt habe ich auch die... Ameisenrüstung... Ach ne... Ich wollte die Eichelrüstung bauen... Oh... Jetzt habe ich die Ameisenrüstung gebaut... Na gut... Die ist auch für später ganz nett... Äh... Jetzt habe ich aber meinen milden Pelz verbraucht... Oh mein Gott... Hilfe... Ich komme nicht mit mir selbst... Klar... Ich... Muss mal einlagern hier... Ich habe viel zu viel Scheiße... Ja... Das ganze Quarz zieht in eine Kiste... Und noch... Das habe ich jetzt übrig... Das packe ich auch mal rein... Hm... Hier zehn davon... Oh... Wie viel Scheiße... Wir brauchen mehr... Kisten, oder? Oh... Oh... In eine Truhe vielleicht... Direkt... Ja... Wie geht denn eine? Irgendwie geht das... Ich brauche was zu trinken... Ganz... Dringend... Oh... Die Musik ist so schön... Nachts... Dann fick dich das spiel in den Arsch... Wenn du draußen rumläufst... Mhm... Ah... Da ist... Tau... Wasser... Let's go... Oh... Rüsselkäferschild... So was könnten wir zum Beispiel brauchen... Ja... Weiß? Äh... Das ist gar nicht so leicht zu bauen... Oder? Ja... Ja... Das tue... Aber ein bisschen müde... Junge... Wie ein Hure... Was brauchen das... Das braucht... Mardenhaut... Da habe ich eine... Ich mache eine scheiß Fackel, Digga... Das ist ziemlich easy... Fackel ist bei Waffen unten... Aber ja... Das Schild ist ziemlich einfach... Kann man... Am nächsten Tag farmen... Und... Jeder kann auch mal eine Fackel farmen... Ich habe auch keine... Können wir alles easy machen... Wo ist dann trocken, ja... Das... Äh... Richtung Laser... Da... Wo ich hingucke... Da ist trocken... Das sind aber auch Spinnen, ne... Aber ich werde nicht in den Arsch gekriegt... Jetzt... Pass auf... Äh... Was mache ich jetzt... Das... Das sieht noch trocken aus... Trocken ist halt gelb... Einfach... Was mache ich denn jetzt... Achso, ja... Ich wollte analysieren... Äh... Äh... Wo ist hier ein... Zelt... Äh... Schlafen... Sechster steht hier auf... Die pennen... Zehn Stunden... Alter... Ja, gesund... Ja, ich meine... Ich penne auch... Zehn Stunden... Wenn ich... Das ist mein Essen... Ihr... Bummsköpfe, Alter... So... Hey, der... Wassertropfen, den ich grad gefunden habe... Hat sich aufgelöst, weil ich ihn ein ekliges Wasser droppen ließ... Ja, ist mir auch passiert... Ach... Hier ist noch ein Tropfen... Nein, nein, nein... Ach... Ach... Alter, ich hänge eh mal in diesen Scheißblättern... Hier ist auch ein Tropfen bei mir... Ich hab... Okay... Mit dem Pilze zum snacken... Au, wir sind verspinnelt... Bin jetzt... Wollen wir mal zusammen so ne Biene angehen... Und gucken, wie die so ist... Boah, Digga... Wir brauchen... Erstmal Level 2 Waffen, glaube ich... Bevor wir irgendwas machen... Ja, auch... Da müssen wir aber mehr Ameisen killen... Die Ameisenklaue ist ganz gut... Ich hab die zweite Fliege erwischt... Von 4... Nein... Na endlich... Die sind so... Scheiß... Ah... Hier... Die chillen... Moin... Ah... Die kleinen... Boomsköpfe, Alter... Ich hab's... Willst du den Quest abgeben gehen? Das wurde schon eingelöst direkt... Das musst du nicht abgeben... Was zu essen gefunden... Oh... Ich brauch den hier... Kleinen... Schmocks... Gib mir das... Oh... Nein... Was haben die... Oh... Shit... Das ist noch ne Fliege... Aber brauchen wir nicht mehr... Oh ja... Das wollte ich eigentlich hier suchen... Mit Maden... Genau... Hä? Abend euch schreibt... F... ja keine ahnung oder kommt man mit solchen namen ist das fehler lu oder bin ich gerade gefeuert nie im leben alter meinst du ja abend dir brauchen wir ja ich weiß nicht an welchem anhaltspunkt wir weitermachen wollten jetzt halt wie gesagt ja die ameisen waffe und dann paar weisen machen was anderes bleibt uns nicht für übrig um neues zeug zu kriegen ich habe das spiel schon ein bisschen angepasst so die schwierigkeit von den von den tieren schon also ganz schwer teilweise wenn du dir überlegst ja im früheren armeisen das ist so ein armeis bau haben wir geradet mit unseren minz hämmern alter wir alles weggeklatscht ich bin keine chance ja ich will halt den level 2 hammer haben damit wir die scheiße minz er mag ich ja aber wie kriegt man denn level 2 hammer wir haben doch gar nicht weiß es nicht mehr dicke ich meine ich habe jetzt ein paar sachen zum analysieren vielleicht kommt daraus irgendwas nützliches ach stimmt man braucht diese scheiße bären digger ach beim busch meinst du naja die bären und die stinke käfer wir brauchen erstmal die gasmaske vorher die können wir auch schon bauen dass das darf ich praten genau das auch das auch ich gucke mal kurz die gasmaske was sie braucht hier ein rüsselkäfer rüssel ich habe vier stück wie sie fliegenpelze vier habe ich elf dann auch grobes seil kann man schnell bauen und einmal baumwanzen pro was ist denn der baumwanze meinen sie vielleicht diese spucker damit da müssen vielleicht ein oder zwei töten und dann können wir die maske direkt bauen geht eigentlich von mir wo die wohnschotten einem richtigen ja ich bin am richtigen wort ich wollte noch analysieren vorher bei der hake ich gehe noch zur forschungsstation über die auf der karte der eine tod warum sollte der tod sein also ich glaube tod ist immer wenn die auf dem rücken liegen so so fischmäßig schläft der eine flicker die schlafen ja gerne mal auf spinnen schlafen ja aua die milben milben kannst du auch mal machen da wochen wir immer noch pelze für pfeile und so so analysieren wir mal maden haut erstmal ok jetzt können wir mal leckern zum anbrille bauen alles klar jetzt noch mal ein schleim aber ich habe quasi nicht dabei sonst hätte ich das auch machen können man schleim bringt nichts hast du noch so quasi zieht am start naja ist alles von der kippe müssen wir noch analysieren einmal ich habe ich habe eine jungspinne gefunden ne jungspinne so eine richtig kleine ach so die ich habe sie getötet so wie sie sich gehört scheiß dreck spinne was droppt diese netze ich glaube nicht dass wir die jetzt direkt machen können die sind der schlimmer als marienkäfer marienkäfer ich könnte ich halt wohnschotten mit ihrer asset spucke wie kommen die gas was noch mal weiter er halt durch baumwanzen irgendwas ich weiß aber nicht was eine baumwanze rüsselkäfer der baumwanzen sind die dinger ich könnte die biene mal abkneulen wenn du die versuchen willst ja komm mach mal jetzt ist die natürlich hat sich bewegt komm mal wieder her hab sie die groß ist die groß vielleicht aus oh ja die können wir machen also ich habe doch gar nicht so hart rein sorry bini bine maya joko bienen fels geil bienenrüstung erst mal angucken hier die hatte ich ja letztes mal auch die habe ich ja gefunden weißt du noch in den bären leder braucht man dafür bienenstache sprint ist dann das für movement na ja wo das alles für movement ein junger die bienenmaske sieht krank aus und er hat besseres armor rating halt bei level 2 er ist auch so eine billuarm oder die ganze zeit wir könnten auch eventuell tausend am kreuz ok weil wir jagen halt weiter die waren jetzt ziemlich angenehm eigentlich aber hier direkt über uns ich versuche die rote zu naja gerade von melden offen leben die hole ich mir naja mit melden wälder die seit glück euch durch die beleidigung über den hohen pingen deshalb ist sie da 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 bei mir die ist auf der erdebene nicht ich habe ich habe eine ich habe Okay, Leute, die hat Pollen gesprüht. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Okay, ich hab Agro. Jetzt hast du Agro, Achtung. Leute, die hat meinen Stachel abgeschmissen. Komm her, Alter. Aua, wenn der Stich tut, dann ist es richtig weh. Ja, was? Die kann, glaube ich, nix an. Die kann ein bisschen beißen. Das ist aber ziemlich harmlos. Wie ein Stachel. Oh. Hast du Heal? Äh, ja. Warte. Warte, Stachelsperr. Oh, shiii. Wie kriegt man Seidenseil? Da liegt's, die Heilung. Seidenseil, das ist ja natürlich auch Spinnenseide, ne? Ja. Aua! 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 Ach komm, den knacken wir. Okay. Achtung. Und raus, 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 raus. Oh. Der sieht irgendwie kleiner aus, als ich, äh, Ernährung hab. Oh. Und rennen. Ja, ich geh hinter ihn. Der ist eigentlich auch machbar. Man muss nur aufpassen. Ja, man muss übelkeitig... Oh Gott, da ist ein zweiter! Das ist auch schlecht. Boah. Boah, wer scheiß auf sich selbst? Boah, ich wurde fast one-shotted gerade. Ich muss weg. Komm mal mit. Komm mit du. Kannst du dich helfen? Kannst du mich helfen? Äh, ich versuch's. Ich bin halt auch mit einem Schuss noch down. Ich hab mich gerade... in eine Heilung reingeschmissen. Warte, aber ich... Ich warte halt, bis der jetzt weggeht. Vielleicht... geht er weg? Ich versuch... Boah, Junge, jetzt ist er auf meiner Leiche und kämpfiger Hund. Shit. Warte, vielleicht kannst du ihn ja buggen. Was gibt's denn? Ah, der hängt an dir fest, der macht nix. Ja, ja, auf jeden, auf jeden. Hä? Ich hab das doch durchgebracht. Ja, ich glaub nicht, dass das was wird... Nee, das wird nix. Ja. Dein Rucksack ist runtergerollt, der liegt unten. Perfekt. Ich muss abhauen, alle. Wir haben ein weites Stück. Machbar, aber zu zweit, da war es halt vorbei dann. Ja, zwei von denen, und wir waren eh low AP von den ganzen Schweißbienen. Ja, ich habe mich sogar noch geheilt. Wir haben ja vermutet, Zion. Alter. Ja, Feder ums Eck schaut wohl gerade zu, weil er wissen will, wie das Spiel so ist. Ist das Feder vom D&D? Immer noch nicht, nein. Nein, okay. Mann, ich dachte schon. Ich stehe auf deinem Rucksack, du siehst das ja eh, wo das ist. Ja, ja. Ich muss zur Base, ich brauche das Zeug zum Reparieren hier. Bisher, ich muss mir ganz viele Spere craften, weil ich habe Speerwerfer, ich mache das Gedankendamage. Oder ich heb den Speer halt auf. Ich muss mir einen Damage-Test machen. Und ich will das bringen, so einen Uga-Buga-Motherfucker zu spielen. Ja, dann hast du wie so ein klassischer... Du bist der Höhlen, Mensch, Alter. Wie so ein Barbar hast du einfach vier Javelins. Ja, einfach Werf. Da frage ich mich auch immer, okay, du hast halt vier Javelins-Standard gemäß und deine Waffe und noch eine Nebenwaffe. Wo trägst du das alles? Also wie sieht das aus? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich stelle mir das so vor, als hätte der so an der Seite von seinem Rucksack jeweils zwei solche Halfter, wo die halt drinstecken oder irgendwie sowas. Ja, so stelle ich mir das vor. Du hast doch noch eine Axt. Ja, auf dem Rücken halt, ne? Wie werfe ich nochmal einen Speer? Ich glaube, R war die Taste. R. Hä? Ich glaube, das macht viel Schaden. Ich habe gerade einen Rüsselkäfer gewoneshottet. Ja, das sind eigentlich drei Hits. Zumindest drei Hits an Damage, ja. Habe ich noch Essen? Ja. Ich baue jetzt mal Pilzfarm, so wie auch das. Okay. Ich packe mal wieder Zeug in die Kisten, ja. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich jetzt ein paar Speerer. Ich bin wahrsinniger. Guck mal, was wir alles brauchen für... Warte, wo ist denn die Pilzfarm hier? Pilzbeet. Unkraut, Stänger, Eichelkappe. Was verdorbenes Fleisch brauchen wir? Dann lasse ich mal Fleisch verderben. Hm. Ich gehe mal kurz das Quazit analysieren. Oder haben wir noch irgendwas Neues außerdem? Hast du die Bandibeln? Ach ja, ich habe... Warte, ich gebe dir die Dingens noch. Ähm. Die Bienensachen habe ich fallen gelassen. Ah ja, oh, ich habe ja auch noch was dabei. Jo. Okay, ich gehe los. Äh. Ich gehe da hin wieder. Okay, das ging noch. Trinken. Äh, da. Hä? Wieso droppt das nicht runter? Ja, so sieht aus, dass das Fleisch verliert. Äh. Äh. Brauchst du nur eins, weil ich habe auch noch eins im Rucksack? Das könnte ich verderben lassen. Ein was? Äh. Ja, je nachdem, wie weit das ist, nur. Darf ich nicht zuschauen, oder wie? Hä? Doch. Was? Hier. Ich habe doch nur gesagt, dass jeder ums Eck wohl zuschaut, weil er das Spiel nicht so kennt. Okay. Was ich aus seinem Kommentar genommen habe. Und er ist auf einmal so, hä? Darf ich nicht zugucken? Das läuft auch. Hat keiner behauptet. Ich habe gerade meine Angst weggeheatet. Kacke. Sucks to be you, I guess. Wasser wäre ganz geil. Da. Bonk. Wieso geht das nicht mehr? Jetzt. Okay. Was wollte ich machen? Ach ja, analysieren. Stimmt. Schön, dass wir beide mir nicht zuhören. Finde ich gut. Schon stark. Ja. Teamwork im Nicht-Teamwork. Ich hatte früher zwei Scooby-Doo-Filme auf VHS. Den ersten und den zweiten? Einen habe ich vergessen. Der andere war die... Das hat mich auch manchmal gegruselt, weil ich da noch jünger war. Dieses Zombie-Insel. The Real-Life-Film. Ja, der war richtig komisch, Alter. Hä? Ich dachte, ich habe einen Bienenstachel aufgehoben. Wo ist der denn? Hast du einen Bienenstachel? Nee. Ich habe den... Digga, du hast ihn hier gelassen, Döde. Ach so, ups. Ach so, jetzt habe ich den Kommentar erst richtig verstanden. Ich bin auch einfach nur geistig behindert. Er meinte nicht, dass er frisch angefangen hat zu spielen und schauen wollte, wie es aussieht, sondern dass wir frisch angefangen haben zu spielen. Ja, haben wir. Er spielt es schon seit August. Ja, gut, wir spielen das auch seit... Äh... Boah, seit letztem Jahr. Aber dicke Pause dazwischen. Ja, wir haben ab November aufgehört. Das letzte Update, was wir gespielt haben, war das Koi-Update. Mit dem Teich. Ja. Ich glaube, also ich spiele das... Nee, wir spielen das seit Mai letztes Jahr, glaube ich. April oder Mai war das. Ich glaube, seit Release sogar fast. Release war, glaube ich, März oder Februar letztes Jahr. Oder? Ja, doch. Ich weiß gerade nicht, was man aufträgt. Ich weiß gerade nicht, was man aufträgt. Ach, wir haben beide schon... Wir haben schon zwei Pusselblumenschirme, cool. Ja, ich habe die gut gefunden. Hast du einen ausgerüstet? Äh... Ja. Okay. Sehr hilfreich. Hast du jetzt eine Bienenstachel eingesteckt? Ja. Achso. So, du kommst jetzt hier hin? Aha. Hier. Ja, ich bin gleich wieder da, wenn ich es analysiert habe. Ich bin Fleisch verdorben mittlerweile. Digga, wie gut das hält. Ich kann auch hier hin, das ist kürzer. Ich habe auch noch eine Giftwaffe, habe ich voll vergessen. Ja, eine Laufenklinge, ne? Ja, aber eine verdrottete. Ich habe eine gefunden, ja. Ist wohl eine schlechtere Variante. Ich weiß nur noch nicht, wie schlechter. Also, geht die Schnelle kaputt? Oder ist das Gift nicht so krass? Ja, das ist weniger damage. Joa. Rüsselkäfer-Schild. Das geht eigentlich. Große Madenhaut. Ein paar Rüsselkäfer-Sachen. Beide. Ja, Rüsselkäfer... Rüssel habe ich vier Stück. Und... Digga, wir haben schon eine Ameisen-Keule. Weißt das die Axt? Das ist, glaube ich, halt eine Waffe. Also, zum Kloppen. Also, wie so ein Hammer. Aber halt als Waffe kein Werkzeug. Die macht halt insane damage, ne? Ja, die wollte ich auch für uns beide erstmal holen. Dass wir mehr Damage machen. Soll ich mal schon eine machen und gucken, ob man damit was fällen kann? Ich meine nämlich, damit kann man auch... Boah, ich will hier die dicken Dinger fällen. Ja, mach mal. Begleitet man nochmal mit L-Shift. Fehlende Zutraten. Achso, ich bin nicht an dem Ding hier. Was höre ich hier? Oh, hier sind Dornen. Jawohl. Ne, das ist... Das ist eine Waffe. I knew it. Ich hole mal ein paar Dornen für die Pfeile. Nimm es. Alter. Nimm was googeln. Bedrohung entdeckt. Alter, nimm es. Muss ich echt in Reichweite sein von meinen fucking Ärmchen oder was? Anscheinend ja. So, jetzt zum Labor. Wo bin ich? Okay, da gehe ich nicht hin, da sind spinnen. Ich drehe einmal um. Und jetzt ist gerade aus. Alter. Okay, ich habe bis jetzt einen Test-Server gespielt. Heute Morgen wieder zum offiziellen Spiel gewechselt. Jetzt muss ich bis morgen waren, bis ich da rauskomme, damit ich mal in den Spielstand weiterspielen kann. Ne, ja. Ist das Update gut, meinst du? So vom Test-Server, kennst du das ja schon. Klang ganz geil. Auch wenn die Sitzen-Funktion einfach mega wasted ist, irgendwie. Also klar, ist ganz cool. Wenn man so... Ja, wollten aber saufige Leute. Ja, halt, wenn man die Art von Spielers, die gerne mal sich so hinsetzt, in den Sonnenuntergang zusammen guckt, so während man da sitzt, ist es nice. Aber wenn man halt die ganze Zeit am Schuften ist, so, und dann am Schlafen ist, nur, und dann am Schuften. Da hat man keine Zeit zum Besitzen. Guck mal, wie hart die Ameisen-Käule zuschlägt. Okay, man tue es auf die Worker-Ameisen. Das ist sehr viel Schaden. Ne. Und das hat er gefunden, Scuddy. Also der Bienen-Stachel gibt ein Rezept für eine ausgestopfte Biene. Das war's ja, dann brauchen wir noch die anderen Teile, oder? Okay, langsam wird's, glaube ich, echt Zeit für eine scheiß Kiste hier. Ich mochte unsere alte Bude. Da hatten wir schon was, da hatten wir so eine Art Lager, so ein kleines Lager nebenan gebaut. Wir müssen halt echt mal irgendwann eine neue Position suchen, wo wir auch wirklich ausbauen können. Ja. Vielleicht... Hier ist keiner... Ja, vielleicht im nächsten Stream suchen wir uns vielleicht mal was aus. Aber heute noch nicht. Das reicht noch. Wir haben ja noch nicht so viel. So, was mein... Wie sieht's bei deinem Fleisch aus? Und es dauert noch eine Weile. Das verdirbt einfach nicht, Junge. Hält sich zu lange. Ja, das dauert... Wollen wir mal jetzt einen Marienkäfer umklatschen? Und ich glaube, ich hau übel rein jetzt. Okay, ich dachte, wir holen uns noch ein paar Bienen. Nee, hab ich nicht. Ja, dann nimm die hier. Weil ich kann die nur zwei endlich führen. Achso, ja gut, dann nehm ich die Fackel. Hier ist die. Hier. So, Marienkäfer. Ja. Ich mein, wenn wir Bienen sehen, zufällig, schieße ich die auch mal ab. Das ist ja auch ganz nett, die Rüstung. Warte mal, ich weiß, dass ein Marienkäfer immer am Anfang rumchillt. Also, die Richtung, ja. Ja, die sind immer irgendwo random unterwegs, ne? Ich glaube, einer chillt immer am Spawn, so gesehen. Schlurp. Einfach auf die Elefanten-Geräusche achten. Oh, das ist ne Biene, vielleicht treffe ich die. Das sind sogar zwei. Na, zu weit weg. Oh, die könnte ich kriegen. Nee, doch nicht. Ey, dieses Visier auch irgendwie, wenn ich hochziele, in mir drin ist, das ist halt mega dumm. Ich sehe dann weniger. Ich sehe gar nichts. Shit. Ja, komm, lass mal lieber hier ein Ding uns suchen, ne? Jo. Marienkäfer. Okay, warte. Uhuhuh. Wie die Höhlenmenschen, Alter, mit Feuer und Speer. Wir sind auf Jagd, ja. Ich erkenne den Scheiß. Ich wusste doch, hier ist einer. Oh, der Panzer ist so schön. Reflektion. Holy shit, der Schaden von dem Fall. Wenn du merkst, du kannst nicht ausweichen, Block einfach mit rechter Maustaste, vielleicht überlebst du es ja. Ja. Er geht auch nur auf dich irgendwie so. Ist ganz geil. Oh, jetzt hat er auf mich im Visier. Oh, Block war ganz nett. Der hat nach hinten gekickt. Oh mein Gott. Er hat mich stand auf und hat mich gedamaged. Rodeo. Ich liege auch. Der hat dabei nach hinten getreten, hat mir in die Fresse gekickt. Ja, komm, Alter, meine Leiche backt auf ihm rum. Ja, komm, du spawnen einfach schnell. Du hast ja die Waffe noch in der Hand, die du hattest. Und die Rüstung. Ja, manchmal habe ich nicht mehr so Bock. Ja, den machen wir noch, oder? Ja, komm. Okay, man darf nicht auf die Käfer drauf. Nee. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Das wäre schon ein einfach aus dem Leben. Ich hätte auch lieber, dass er einen wegschleudert. Ja, ey, gleich noch unter Rainbow, Jungs, oder wie sieht das aus? Ja, von mir aus, wenn der Rest uns auch will. Ja, Yannick, Sina und Leo. Saus, Alter. Ach, Leo ist bei dir auch im Stream? Mhm. Leo ist am Schmörkel. Der Lurker, Alter. Okay, ich habe mein Zeug. Okay, ich habe mein Zeug. Und wo bist du, Huren? Huren, Alter. Hier sind ein bisschen eng, ey. I don't know about this. So, er kann hier nicht sprinten, in dem Scheiß. Alter. Oh. Das ist actually insane. Oh, shit. Okay. Junge. Ich bin gerade drin. Ey. Es ist so lächerlich, der Schaden. Ja, er kommt nicht am Pilz vorbei, er ist doch. Ist halt ein dummes Tier. Okay. Ich musste ein bisschen länger gedrückt halten beim Wiederbeleben, als er steht, habe ich gemerkt. Ich hau immer ein paar Hits und dann... Oh! Ich auch. Der Double K.O. mit der Kopfnuss, Alter. Ich hab's... Junge, was... Was ist diese Heapbox? Ja, ey, ganz ehrlich? Ja, es war fett beenden. Aber warte, noch das Zeugsammelflösch. Ich hab's das D-Spawn doch nicht. Sicher? Ja. Oh. Ich spasse. Aber wir können's ja holen. Fürs gute Gewissen. Einfach kurz rein und raus, weißt du? Ey, der Typ ist so ein Wurensohn. Wo machen die alle so viel Schaden? Haben wir die Schwierigkeit zu hoch oder so? Ne, das ist normal. Also, inzwischen wohl. Ja, wir müssen einfach auf die Kriegerameisen gehen, die sind ja leichter. Und dann brauch ich auch noch eine Ameisenkeule und dann geht das schon fit. Meinst du? Ja, ich hab ja nur einen Speer, ich mache kaum Schaden. Du machst ja das Doppelchill bis dreifache fast. Warte, ich speichere mal an dieser Stelle. Okay. Okay? Okay. Einfach ein, zwei Hills und dann Abstand erstmal halten, weil er eigentlich richtig wegkickt einfach. Bisschen wie die Mimics aus Dark Souls. Irgendwann kommt der Roundhouse Kick aus dem Nichts. Ich hab richtig Angst, wenn er sich, wenn er wackelt, dass er irgendwas AOE-mäßiges macht. Oh. Oh, er ist vielleicht tot. Ja, blocken hilft echt viel, holy shit, man. Ja. Oh. Ja, du schaffst, du schaffst, du schaffst, du schaffst, du schaffst. Ich hab einfach reingesplasht. Du reingesplasht. Du reingesplasht. Wie in Dark Souls mit den fucking leichten Waffen, Beweglichkeit, Katana, so. Ja, man. Ein Kopf und drei Brocken hab ich bekommen. Brustpanzer. Klingt geil. Und. Ah, yo, ich erinnere mich an die. Die Insekten-Axt. Die war auch heftig. Vielleicht kann ich die mir jetzt spawnen, dann haben wir zwei coole Waffen. Keine Waffen, das ist ein Utility-Dicke. Ach, sch... Marco, ich hab einen Bug gefunden. Ja. Guck mal, komm mal hier. Guck dir das mal an. Ja. Warte. Du glaubst, nicht zu nachstehen. Okay, jetzt bin ich stuck. Ich komm nicht mehr raus. Es sieht interessant aus, ja. Ich komm nicht mehr raus, Mann. Vielleicht, wenn ich dich totboxe. Oder? Ich bedau'n mich mal. Ich fack das gleich leer, übrigens. Ne. Hat nicht gebracht. Ja gut. Ich hab ne Mutation dafür bekommen. Ja, aber gut, an der Stelle ist es dann auch vorbei. Jo, das war's für... Nein, wahrscheinlich hab ich's nicht gesocktlockt gerade. Das wär schlimm. Ich glaub, beim Neuladen spawnen wir immer in der Hütte, ne? Also... Wir spawnen immer im Spawn, so gesehen. Ja, ja. Also ist das das nächste Mal auch behoben. Ja, gut. Ja, vielleicht kriegen wir diese Woche noch einen Stream hin mit dem neuen Update. I don't know. Gucken nicht. Ne? Gut, ne? Oh, jetzt hab ich verlassen einfach. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal.